Musik 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 Ah, was witz ich? Aua! Musik 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 Kansai! Was ist hier los? Warte! Was hat dir ihn genommen? Was ist? Was ist das für ein Tanz? Den will ich auch können! Was macht ich? Was? Guck dir den Typ an! Was? Wie machst du das? Ja, dance drunk! Den Tanz werde ich auch können! Dance, bitch! Nein! Huhhhh! Ha 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 ha! Hu huu! Ich will den Tanz können! was bringt man den tanz bei dem einstimmte immer nicht ich habe mich ich habe gedacht jetzt schaden oder so aber da habe ich ihn jetzt gemacht ich habe nichts gesehen aber so ein fisch ausgenommen einer von denen ist nicht nur gespielt durch deinen helm dann schützt sich das in den schlitz in den helm schlitz ist er gestört das ist gut für ein intro was passiert mit der das ist ja schon wieder ein geist jetzt muss ich erst mal wieder meine sachen finden ich habe alle tiere besonders die mit den zählen ich war einfach so ein messerchen durchgegangen das macht spaß Wollen wir mal, wie viele da hinten sind. Ich hab da einen Pfeilhagel reingehangen. Na? Schmetzger! Errungenschaft! Schweinerei! Errungenschaft! Ha, geil. Zwei Errungenschaften. Ja, Errungenschaft, Schweinerei! Ja. Oh, hier jetzt. Und jetzt. Ich will noch mehr davon. Wenn wir das jetzt mit keinen, was das erste getötet hat. Alter, was ist hier passiert? Ja. Ey, da sind noch mehr Schweine. Ah, die haben mich da. Das war eine ehrlose Tat. Das war eine ehrlose Tat. 492 hab ich. Ich wurde erwischt. Ich? Oh! Ja, das ist der besoffene Orf von vorhin. Oh, Pudgy ist direkt hier irgendwo. Ich hab eine Ziege umgebracht und bin schon wieder verrufen, ne. Boah, 616. Ja, aber wirklich. Ja, ich muss rüchten. Wir könnten nun jederzeit von Gesetzes-Tätern getötet werden, wahr? Ja, das hab ich auch. Weg von mir. Haha. Der hat auch die Kette. Oh, Daniel, da sind auch wachen. Geh da weg. Oh nein, Mann. Hier sind sie. Jetzt werde ich nicht mehr von denen gejagen, Daniel. Hier sind unser Dingens. Das Verbrechen. Da ist Platschi. War mehr zu mehr. Ja, jawoll. Ja, Platschi. Leben kriegt ihr mich nie. Ich hab ihn nur gefreut und das Schwen getötet. Wieso schon nix? Weg wieder. Was? Warte. Warte. Warte, wollte schon du. Wär mir mit dem Messer abgebrochen, wenn die näher gekommen wär. Der verfolgt dich. Weiß! Nein! Okay, abgeschlossen. Hö. Tschüss. du machst mir solche sorgen manchmal bist du auch abgeschlossen nein ich kann nicht mit der reden mit dem kopf geld für eure verbrechen geregelt aber teuer 616 ich kann nicht durch die scheiß tür mal klar ich bin mal auf flüchten gegen stadt auf bezahlen ja dann müssen wir weiter gesucht lass mich in ruhe du schlampe ich war einfach nur so furcht guckst du so was macht er ja er konnte haben ist er mich angebriert so tot ja doch müssten du gelandet keine ahnung warum gefängst du was hat er dann in den schaden warum kommen jetzt hier schon piranhas ah helfe 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 bitch please wreck mich leh ah mein gott kann ich schon hören das ist doch gar nichts im wasser komm gefängst zurück du bist nein ich lebe jetzt hier er schießt die scheinvergabe ja kurz dann komm gefängst ja du berg nord komm da weg ja wird sofort immer angeknappert da ist doch gar nichts im wasser ich helfe dir ich bin die ganze zeit am sprinten Oh Gott. Der Anker ist noch da. Jeder hier ist völlig weg Jungs! Ich hab grad die, die sind aus. Wir haben keine Zeit. Wir sind mit dem... Heian. Oh Gott! Oh Gott! So viel kann man den Weg schreien da. Au! Muss ich gleich nochmal machen. Die armen Pferde, die haben nur geschieb! Nein, Johnny, mach das nicht! Sprengt der Dreck wieder runter Ich dachte da gibt's nen Trick für Mache Gegenstände sind verletzt Geht weg! Aber die werfen die ganze Zeit Messer auf mich und ich werd dadurch angehalten Ich hab schon wieder nicht bewegen können Ich seh dich ja nur flüchten Müssen wir da durch? Oh Gott Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ja nur am Wegrennen Warst du nicht tot? Nee Oh hier sind lauter Erkeken, wo soll man denn da hinrennen? Keine Ahnung Wieso kann ich mich nicht rein? Aber ich hab kein Auto anwerfen Aua! Die werfen die ganze Zeit Messer auf mich Aua! Alter, die haben mich gleich ey Alter, ich hab voll viele am Puckel Lauf Daniel, lauf! Ja ich auch Oh Gott Ich kann nicht rennen Ich bin sowieso jetzt tot ey Ihr habt mal nie I love Puckel Jetzt haben sie mich Das ist ein Mammut Also der war definitiv in Skyrim Boah wat An diesem Ort soll leicht kein Leid geschehen Wat ist das? Warte 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 Hättest du mal die Auge alles zu grün geworden? Ja wat ist dat? Warte 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 Ja So Bin ich da Irgendwo hier Müssen wir erstmal starten Ich freue mich als Hähneu Jetzt können wir erstmal starten Ja Und somit einen Neubeginn da Und das Neujahrsfest war Natürlich Sie sind überall Beim Neujahr geht es darum Was das alte Jahr war Die Kajid in Knurka Ehren ihren Gott der List Rajin Der 5 Krallenlist Was ist das? Wo ist das? Ein Schnitter Mark Ja toll Wo ist denn das jetzt schon wieder? Ha 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 Boah Eier Tat gewinnt Eier Auf der Karte Werde Werde Vergiss das Waren wir da schon Mein Gott wo ist denn das schon wieder? Ha 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 Eier Schon wieder in dem Gebiet Wo wir noch nichts erkundet haben Eier Ich fütter die Pferde Alter was ist denn das? Ha ha Eier Ewiger Jugend verloren Man der wollte es sich einfach dahin lässt Cool Ich bin damit Von Wie wird immer Einmal auf der Karte da ist Mein Gott da geht über zyro die pvp gebiet schon wieder zwei kant wir schaffen denn die karte heute noch ja wo bist du in schwarz im teufel sieht das gestört aus ich hab mein menü geöffnet ich sitze auf meinem pferd, mein pferd ist jetzt voll nach vorne gebeugt die können diesem spieler nicht folgen warum nicht wir sind ja schon wieder los äh mein ok macht gar nicht mehr die bewegung gehandelt wenn der teleportiert wieso nicht wir sind gar nicht da hin fern wir da durch die arbeit formt den kanal kannst du dich durch das diener quetschen ah wo ist das wir gehen einfach aus nun wo willst du denn jetzt schon wieder hin nach hause dich setzt sich ja aus nein Daniel er ist weg wollen sie in den pvp modus wechseln ja das möchte ich ah Daniel ich bin gefangen cool story bro wo bist du denn wo bist du denn wir sind alle wieder nach ja ne wo wirst du mich mit deiner kette da rausziehen was willst du denn jetzt hier ich bin jetzt ein gott sitz ich auf nem stuhl nein gott da sitz ich nicht auf dem stuhl komm rein Daniel das ist geil was geht du kannst dich bewegen ich nicht ey geil hier kommt es nicht aus was das ist denn das für ein fehlgonstruc du bist denn das für ein fehlgonstruc der komm mit raus du bist da für ewig hier gefangen du bist aber so dämlich Eintauschen. Oh Mann, Aua. 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 Oh, jetzt ist noch eine Mission. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Mann. Oh Mann. Hör mit deinem komischen Homo-Pferd zu reden, ne. Reiß nicht, Arschgau. Das Pferd ist scheiß. An dem Batz da reden. Na? Die Mama, der dann ist wieder. Ich wette, der hat dann den 11. September dran beteiligt. Mach. Ich bin jetzt verrufen, was hab ich denn gemacht? Ja, du hast ja den 11. September einen direkt gezogen. Der Daniel, der ist doch voll politisch motiviert, ey. Und der steht hinter den Juden. Warum hörst du nicht, stumpfsinniges Tier? Muss ich dir noch einmal eine Fackel an den Schwanz binden, damit du es kapierst? Bitte wahr? Wei. Einigen. Pädie. Si, dann ist das ja euer. ani Chefik. DiPieri. Yu-Ni. Pi. Ein junger Papa. Wasser-B nue. Sicher.